Hallo zusammen, heute stelle ich euch das brandneue Impulso Pro vor. Interessant hier auch, optional kann man dieses brandneue Lenkerband verwenden von Bianchi. 3,5 mm dick, federt Stöße ab, ist sehr angenehm zu fahren und ist auch sehr griffig. Hier sieht man auch die neue Lenkerlösung, alle Kabel im Rad verlegt, auch hier bei einer mechanischen Schaltung. Wir gehen hinter, Oberrohr entlang, sehr schöne Lösung, oben Sattelstütze zu verschließen, Carbon Sattelstütze, Carbon Sattelgestell hier, Veloman, die Bianchi Eigenmarke, sehr komfortabel, Carbon Sattelstütze mit Carbon Sattelgestell. Verbaut ist an diesem Rad die neue GRX 820 12-fach Gruppe, in Kombination mit den Bianchi Carbon Veloman Laufräder, die extra für die Grebel Serie entwickelt worden sind, in Verbindung mit den Pirelli Grebel Reifen hier. Hier sehen wir die Kurbel, sehr schön gemacht, hohle Kurbel, 12-fach Umwerfer hier, optional auch hier der brandneue Bianchi Carbon Flaschenhalter, Flasche ist seitlich zu entnehmen, hat einen sehr festen Halt, kann man als Zusatzausstattung gerne verwenden. Wie gesagt, die Frontansicht sehr schön gelöst, auch hier alles fließende Übergänge, sehr schick im Design, das ist insgesamt ein Rad für den ambitionierten Grebeler.